hallo und herzlich willkommen heute leider nicht der Wednesday aber ich werde die folge schnell nachträglich machen ich werde jetzt ich wollte gerade sagen dass die war ja spielen stimmt ja gar nicht ich wollte jetzt call of duty spielen modern warfare 2 wir machen spiel fortsetzen jawohl ja da haben wir ja an der brücke uns ausgelockt das kann man doch schon hören sooo ins Fahrzeug wir haben das irgendwie aus wiederum starte ich denn da hin es gibt doch hier ab und an mal solche Dingens die man einsammeln müsste solche Laptops aber schon gibt es hier keine doch doch schneller so das ist meiner ich muss jetzt versuchen die ganzen Leute die Taliban und so abzuschießen ob das Linke ist das nicht etwas eng für das Sonderkommando seit wann hat Sheffield ein Problem mit gefeiert ja ja nimmst das okay das ist gefeiert okay können wir so auch ganz schnell mal gucken wo die bösen Leute sind verstanden Hunter 2 vertreten alle Hunter 2 Fahrzeuge nach dem Militenausschau halten Angriff erlaubt es nur wenn sie zuerst feuern die Dächer nach Feiten absuchen vorsichtig vorgehen was zu sehen alles wie ausgestattet hua Overlord 4 Hunter 2 1 überqueren Tunnel Harvey bei Straße Elisabeth Roger Hunter 2 1 vorsichtig vorrücken aufpassen bitte dass wir im Welten Westen gehen Roger auf die Gassen gebe Deckel Drei Feinde auf dem Balkon auf 12 Uhr wahrscheinlich Milizkämpfer sind sie bewaffnet negativ sie beobachten uns nur ich wette sie beobachten uns heißt nicht dass wir auf sie schießen dürfen wo schießen wo schießen bei 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 Ich weiß nicht, was ich hier ist, was ich hier ist. Ich bin tot! Ich bin tot! Sie bewegen sich! Weg von den Fenstern und die oberen Etage sichern! Los! Los! Da rein! Ich bin tot! 35 In meinem dude Ger Emergency Erläutern Territor In meinem Anhalt Können Sie helfen? Over! Zusammenreißen, 2-3. Wir sind unterwegs. 2-1 Ende. Schüler von der Schule, ausschalten! Oh, klar. Die läuft man aber schnell. Ah, ich hab's vergessen. Verstanden, Hunter 2-1. Okay, ich hab's vergessen. So. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Schule ist gesichert. Das war doch schon mal ein bisschen Action hier. Man, da muss ich gar nicht wissen, wie ich sagen soll. Das ging halt so schnell. Das ging halt so schnell. Ich verfolge ihn! Die Verwundeten direkt zur Trauma-Behandlung bringen. Ein Helikopter steht bereit. Meine Herren, das war gute Arbeit in der Stadt. Oh, geschafft! Hier war doch irgendwo schon ein Ding ins gewesen. Nein! Nach vorne war schon irgendwo ein Versteck, ein Secret. Aber ich habe es leider nicht gefunden. So, ein Mist, jetzt will ich das mal spielen. Wie einer von den bösen Jungs. Ideal für Ihren Geheimauftrag. Also ist Makarov der Preis. Makarov ist kein Preis, er ist käuflich. Er arbeitet stets für den, der am besten zahlt. Vergessen Sie nur Ihre neue Identität nicht. Dann bleiben Sie am Leben. Willkommen bei 141, eine Einheit der besten Krieger auf diesem Planeten. Es ist eine Ehre, Sir. Wann treffe ich den Rest des Teams? Sind auf einer Mission, sichern ein abgeschossenes ACS-Modul in feindlichem Gebiet. Nasse Füße? Also ist es dort viel zu kalt. Die Pause ist vorbei, Roach. Los jetzt! Wir bleiben mich ansehen, auf mein Zeichendaten. Okay, das Eis ist stabil. Mir nach. Oh, ich hab die Falschtaste losgelassen. Ich hab die Falscht. So sieht es aus wie man tot ist. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Rechts. Links Rechts Links rechts links rechts rechts links links Wir sehen uns auf der andern Seite Hm, wir waren Sprinten. Das war ja klar. Das war ja klar. Ach. Unbekannte Kontakte erscheinen als weiße Punkte. Hm, okay. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt den Stopp und spiele beim nächsten Mal weiter. Ja. Ich mache jetzt den Stopp. Speichern und Ende. Spielfortsetzung, nein, speichern und Ende. So, das war's für heute. Jetzt werde ich noch schnell mein Sportius Day spielen. Und dann sage ich mal, ob es um nichts passiert. Tschüss.